Oh, hallo, Schatz! Ich bin wieder zu Hause. Warte, ich stelle doch schnell die Sachen in den Kühlschrank. Ich habe mit Angie gesprochen. Wir gehen heute Abend mit ihr und Märzen essen, aber sie schaffen es nicht vor halb neun. Da habe ich mir gedacht, ich mache uns erstmal einen kleinen Snack, damit wir was im Magen haben. Ich habe einen wirklich ganz hervorragenden Cheddar. Und diese finnischen Cracker, die du so gerne isst. Ich habe einen wirklich ganz hervorragenden Cheddar. Ich habe einen wirklich ganz hervorragenden Cheddar. Hey, du da. Wenn du nichts zu tun hast, dann polieren fälligst das Bespeck, ja? Ich bin hier nämlich bei Cheddar und wenn ich eins nicht leiden kann, dann werden wir doch so faule Drücke weg in den Kühlschrank. Dann muss polieren. Wir kappen dir doch auf. Wir können den Kühlschrank einfach mal auf. Und dann machen wir doch mal auf.